Damiano Vannucci ist ein sanmarinesischer Fußballspieler und aktuell Rekord-Nationalspieler seines Landes. Karriere Vannucci begann seine Karriere 1997 bei As Real Misano in Italien und war danach bei diversen italienischen Amateur-Mannschaften aktiv, mit denen er unter anderem in der Eckelenza und Promotione spielte. 2003 wechselte er zu SS Virtus, mit der er im Campionato Samrinese di Calcico, der nationalen sanmarinesischen Meisterschaft, agierte. Im Folgejahr zog es ihn zum AC Juvenis Dugana und anschließend zum AC Libertas, wo er drei Jahre spielte. 2008 wechselte er zurück in die italienischen Amateur-Ligen zu Perticara Calcico. Von dort aus kehrte er ein Jahr später wieder zurück in seine Heimat und spielte dort seitdem für SS Virtus AC Juvenis Dugana und SP La Fiorita. In der sanmarinesischen Liga wurde Vannucci zweimal Torschützenkönig. Einmal in der Saison 1997, 98. mit 21 Toren und in der Saison 2003, 04 mit 15 Treffern. Sein erstes Länderspiel bestritt er am 9. Oktober 1996 beim 0 zu 3 gegen Belgien in der WM-Qualifikation. Er gehörte auch zur Mannschaft, die am 6. September 2006 mit 0 Uhr 13 gegen Deutschland die höchste Niederlage erlitt. Am 11. Februar 2009 überbot er mit seinem 49. Spiel den bis dahin gültigen Rekord von Mirko Gennery und ist nun alleiniger Rekordhalter San Marinos. Er nahm mit San Marino zwischen 1996 und 2009 an allen EM- und WM-Qualifikationen teil. Konnte sich mit San Marino aber nie für eine Welt- oder Europameisterschaft qualifizieren. Der einzige Sieg gelang in einem Freundschaftsspiel am 28. April 2004 in Seravalle mit 1 zu 0 gegen Lichtenstein.